Unsere Unternehmen zeichnet aus, dass wir konstant gute Passformen herstellen, Top-Qualität und immer gespickt mit Innovationen. Uns zeichnet sicherlich auch aus, dass der Händler einen verlässlichen Partner hat, mit einem Management, das über Jahre konstant ist und nicht alle zwei Jahre wechselt. Unsere Händler wissen, mit wem sie es zu tun haben und sie können uns auch einschätzen. Ja, ich glaube an den Standort Deutschland, ganz klar. Wir produzieren hier immer noch in Jetzendorf 20 Prozent unserer Schuhe. Die Restlichen sind made in Europe. Ich bin zwar sehr viel auf der Welt unterwegs, aber nicht um einzukaufen, sondern um zu verkaufen. Solange wir die Schaftkapazitäten in Europa bekommen, wird es auch so bleiben. Es wird schwierig. Und dann muss man vielleicht ein bisschen ausweichen, in Jefton irgendwo in Asien zu produzieren. Aber es ist nicht unser Ziel, ganz und gar nicht. Ja, der Schuhkurier-Award bedeutet für mich eine riesige Überraschung. Auch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Sport und bekommen einen Award von den Schuhhändlern, wo wir eigentlich erst vor zwölf Jahren gesagt haben, wir müssen Produkte für den Schuhhandel kreieren. Insofern scheint es, dass wir einiges richtig gemacht haben und es ist ein Riesenkompliment. Das ist ein Riesenkompliment.